Ja, aber geh weg. Jemand stirbt, jemand stirbt! Ey, sag dir das! Ich hab doch euch reinzuschlagen, Mann! Seid das doof? Was denn? Komm Leute, Angriff! Hey, Spaß! Ja, Alter! Wir haben auch einen Schiss, Stefan. Du hast so viel Schiss, Alter. Okay. Was denn da? Jetzt geht die da. Ach du Scheiße. Es ist, naja. Ach du Scheiße, es ist gar nicht safe. Es ist beschissen. Geht's alle weg? Hier kommt man rüber, hier kommt man easy rüber. Oh mein Gott, wir sind so am Arsch der Welt. Oh, ich hab den Erfolg, das Ende? Kann man jemanden wirklich safe bauen oder so? Oh, schon wieder mein Knie. Oh, fuck. Das ist doch was. Natürlich geht das. Ja, man kann auch Wasser platzieren, damit die Endermänner wegbleiben. Okay. Ich hab Unendlichkeitsbogen. Keine, also... Ja, mal drei Herzen! Ach, scheiße. Die haben ja schon Drachenatem, ne? Die haben ja schon... Scheiße. Wir haben keinen Drachenatem. Nein, ich werde von Endermans angegriffen. Hilfe! 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 Leute! Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Nein! Oh mein Gott! Es war klar, dass einer stirbt. Lol, was war das gerade für ein Schuss, Mann? Habt ihr das erste Ding down? Das erste Ding hab ich runtergeholt? Nehmt bitte meine Sachen, Alter. Nehmt bitte meine Sachen. Einen Kristall hab ich schon kaputt geschossen. Einen hab ich kaputt geschossen. Außer die Eingebauten. Ich glaub, die waren noch eingebaut da oben. Da oben sind noch zwei eingebauten. Ja, ich geh zu den Eingebauten! Ich porte mich zu den Eingebauten hoch. Okay. Stampi, hast du meine Sachen? Ich versuch's. Ja, ich hab ein paar. Ich hab auch ein paar. Und den Rest hat, äh... Oh mein Gott! Der geht auf mich! Warum geht der auf mich? Warum gehst du auf mich? Geh weg von mir! Geh weg von mir! Geh weg! Ja, mach das, mach das, mach das! Geh weg! Oh, dieser scheiß Enderman! Enderman! Darf ich auch deine OPF benutzen? Junge, was zum Teufel, Alter! Was willst du von mir, Alter? Ich muss die Eingebauten wieder haben, ne? Alter, fuck mich nicht ab, Mann! Jetzt will ich... Was ist das für ein Enderman, Alter? Warum ist er so fucking OP? Geh nehmen wir nicht auf den Sack! Ja! Ich stepp jetzt auf! Ich bin auch wegen Enderman gestorben. Zwei Herzen, Junge! Dieser eine Enderman hat mich so abgefuckt, ne? Das ist so lächerlich nicht gestorben. Das ist so lächerlich nicht gestorben. Ich bin einfach an Volldermatch gestorben. Wie lächerlich ist das denn bitte? Komm zu mir, da ist er safe. Ey, RyceX, ich hab aus Versehen deine Sachen aufgehoben. Also, da unten liegt kaum was mehr. RyceX, RyceX, damit du Bescheid weißt, ich hab deinen Bogen, ne? Den bekommst du nachher wieder. Ich hab den Bogen gesaved. Ich baue mich hoch, ich baue mich hoch. Ich hab gesagt, den bekommst du nachher wieder! Ihr müsst den Unendlichkeitsbogen nutzen, obwohl du selber einen hast. Nein, RyceX, jetzt kannst du wieder zurück. RyceX, vielleicht wusste ich ja, dass ich einen unendlichen Bogen irgendwie ran bekomme. RyceX, jetzt hast du noch was zu essen. Ich hab den Stärken trank. Ich hab den Stärken trank. Oh, nicht schon wieder! Leute, hilft mir! Hier ist schon wieder so ein Enderman, der mich abfacken will! Komm zu mir! Hilft mir! Der will mich schon wieder abfacken! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Hinterfack mich so ab, Alter! Ich hasse diese Dinge! RyceX, ich hab gar nichts. RyceX, nimm Wasser einmal. Nimm Wasser einmal, dann ist besser. Ich hab keinmal bei, okay? Ich hab 300. Ich hab 300. Ich hab 300. Ich hab 300. RyceX, du bist noch nicht da, aber dein Bogen ist bei uns! Und rück Damage! Alte! Ach du Scheiße, das ist gleich da und... Nein, bitte warten Sie auf mich! Nee! Oh, das... Einmal Wasser, dankeschön! Ich hab's! Schnell, 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 schnell! Ich hab dir gegeben! Danke, danke, danke! Robin, kein Dammstein, Dammstein! Ich bin so doof! Ich bin so doof! Jetzt ist er tot, ja! Ich hab den Level! Ich hab den Level! Easy! Jetzt ist er Schuss! So wenig! Nicht, nicht, nicht! Jetzt schießen, nicht schießen! Jetzt auf ihn schießen! Jetzt auf ihn schießen! Jetzt auf ihn schießen! Hold on, jetzt! Ich hab ihn tot! Ja! Er ist down! Er ist down! Ja! Many Level! Nice! Leute! Er spuckt die Level aus! Oh! Ich bin raus! Wieso bin ich raus? Ich wollte doch noch Level aufsammeln! Verdammte Scheiße! Ya! Die 45 Level? Jawoll! Ich baue noch mal ne Items, ne? Also, irgendeine! Ich geh jetzt zum End! Ich geh jetzt trotzdem zum End! Ich brauch meine Items! Wurste aus dem End raus… Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Herzen und drei Hungerkollen, das heißt ich kann gar nicht mehr sprinten, ich hab keine Karte mehr, ich bin irgendwo im Schnee-Bium. Leute, guck mal, was ist das da? Ich bin wieder zu Hause. Oh, ich bin Level 34, oh, ich hab wenigstens Paar-Level bekommen. Oh, wenigstens Paar-Level, Alter. Schwein gehabt. Warte, warte. Ey, genau, ich musste sterben, ne? Mit einer Ender-Pierre portet man sich dort rein, was? Ja, wartet doch mal auf, ich bin gleich da. Wer hat meine Eid... Wenn ihr euch nicht jetzt da rein portet, dann kann ich nicht hinterherkommen. Ihr müsst nur meine Eid-Eid-Schlitte geben. Ich hab deine Sachen, ich hab deine Sachen, Ryan. Was hast du denn alles noch von mir, weil er hat meinen Bogen zum Beispiel. Ich hab, ich hab die Rüstung, dein Schwert und, ja. Rubin kann, kommt gut. Meine Rüstung, mein Schwert. Ja, nein, ich geh jetzt zurück zum Dorf, das heißt, wenn du, wenn du aus dem Ende raus bist, dann müsstest du wieder anstatt, dann ich geh jetzt zur Stadt. Fuck, okay, ja, ich komm, ich komm. Nein, ich brauch noch eine Ender-Perle, Leute, ich brauch eine Ender-Perle noch, ich hab's verkackt. Nein, wartet doch mal, ich hab kein Bock, dass ihr das alles ohne mich macht. Jetzt war's doch mal eine Minute, mein Gott, Alter. Ey, warte, Rüstung, ich bin, ich bin, ich bin beim Portal. Ja, nein, der Perle, boah, scheiße. Luckman, siehst du mich auf der Karte? Ja, danke. So, ich geh jetzt, ich geh jetzt die Treppe runter. Meine Karte ist hier. Wo bin ich? Okay, ich bin da. Meine Karte ist weg. Ich bin drin. Ich hab eine Karte eingesammelt, keine Ahnung, wenn die gehört, ich denk mal Rüstung, weil er abgekratzt ist. Ja, nein, meine, meine, das war meine. Oh, das plant du nice. Ey, als ob ich jetzt mit... Ohne, ohne Witz, äh, in, äh, anderen Männer, das find ich richtig scheiße bei dir. Ich hab doch eine Karte, ich hab doch eine Karte, warte kurz. Warum, du kommst den nach? Ja, aber bis ich ankomme, hast du schon alles gelootet. Ich warte auf dich, du hast, okay? Kann jemand in Richtung Schneebyen kommen, bitte? Kann jetzt bitte jemand kommen? Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da im Ender-Teil. Ja, ich kann da nicht mehr hinkommen. Kann man irgendwie einen Shortcut bauen zum Ender-Teil, ich hab Bock da irgendwie keinen hinzurennen. Ruben, keinem Kopf wieder zurück, ich komm wieder hinzurennen. Oh, es ist wieder kurz, alles hin hier. Ich hab, ich hab drei Hunger-Teil, ich kann nicht mehr sprinten. Was passiert, wenn man nicht dieses Portal, damit der Ender-Pälle reinwirft? Dann bist du bis in anderer Dimension. Aber du hast, du hast mit anderen Ender-Pälle gezogen. Ich bin hinter dir, ne? Hallo, ich bin hinter dir. Hinter dir. Ja, dann gib mir meine Sachen, bevor ich sterbe. Oh, nee, das ist satiert. Ich hatte einen Wasser-Eimer, ich hatte meine Rüstung. Sind wir auf dem richtigen Weg gerade? Ja, ne? Ich glaub, hier war das, ne? Wasser-Eimer in der Saartür. Ich hab einen Wasser-Eimer bekommen von irgendjemandem. Von irgendjemandem einen Wasser-Eimer bekommen gehabt? Ja, von mir. Ja, okay, ja. Das war Rysix. Ja, ich bin auf dem Weg, es kann sich nur um Stunden handeln, bis ich wieder da bin. Weil ich bin auch so ins Portal geflogen. Filt ihr noch was? Doch, jetzt ist es wieder. Ähm, ach so, Pfeile. Pfeile haben schon. Pfeile. Ich brauchst nur ne Ender-Perle, um, ja, das war in Langsamkeit zu feiern. So, wir haben schon diese Cordus-Pflanzen gefunden. Äh, ja, wär nicht schlecht. Okay, ähm. Warte. Komm, wir geben wieder den Cent. Steht irgendeiner im Ender-Portal? Andermel macht das alles alleine. Ja, Stampy hat noch... Ja, er spielt das ganze Spiel alleine. Hier, ich hab noch eine. Hier, Rysix, ich hab... Stampy und ich warten, warte. Stampy bauen nicht alles ab, für die anderen Spieler auch. Ich hab nur die von Rysix, die Sachen. Die haben die ganzen Pflanzen schon abgebaut. Weil es irgendeiner auf euch auf dem richtigen Weg bin. Nein. Die Pflanzen waren gegen den Drachenatem, ne? Waren das nicht so? Es kann nicht... Nein. Hä? War das nicht so? Nee, gegen dieses Schwebe-Ding, ne? Gegen, dass man schwebt. Leute, hat irgendwer noch meinen Bogen? Ich hab nur den von Rysix und meinen eigenen. Sonst hab ich auch keinen mehr. Hast du noch... Warte, du hast eine Spitzhacke noch von mir, oder nicht? Darf ich auch gar noch das Stampy? Wir haben eine Effizienz. Eins hab ich noch eine von dir. Nee, ich hab keine. Ja, toll. Stampy, hast du noch meinen Bogen? Komm, lass die anderen Dimensionen kommen. Ja, hab ich. Okay. Wo bist denn du gerade? Film das Wasser hoch. Ich baue mich nicht. Achso, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ne? Achso, okay. Das erklärt einiges. Ich hab keine... 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 Warte mal kurz. Irgendwelche Werkzeuge, mit dem ich irgendwie irgendetwas aufbauen kann, weil ich kann... Das Tempel, du baust dich die ganze Zeit falsch ab, die Chorusflüge... Äh, Brüchte. Ah, der hinten seid ihr. Du musst dich mit der Ender Pelle da reinwerfen. Ich kenne das. Hui. Hat jemand nicht gewartet auf euch? Ähm, ich hab nichts. Nee, warte, vielleicht. Ich hab eine Warte. Steinspitzhacke, oder? Ja, gern gibt bitte. Oh, ja, oh, dankeschön. Hilfe, 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 Hilfe. Ich hab grad Lowlife und ein Internet verfolgt mich. Warte, wir müssen die auch von... Ja, wir müssen die richtig abbauen. Hilfe, Hilfe. Warte, warte, du hast so eine Karte. Wir haben heute zwei Leben. Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ein Herz. Cool, ich hab ne Schlacht gefunden. Nice. Nice. Warten wir noch auf der Tür, oder? Es ist noch weit, bis zum den... Hier ist gar keine Stadt. Hier ist aber gar keine Stadt. Ja, das ist normal. Rax ist... Wo ist das normal? Wir müssen uns wo hinbauen, weißt du? In die Richtung. Hä? Als ob? Ich dachte, die werden Inseln in den Stadt reingeportet. Nee, 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 nee. Da musst du Ewigkeiten noch rennen. Da gibt es verschiedene Inseln. Da musst du von Insel zu Insel rennen. Oh, nee, Alter. Aufpassen, dass du dich runterfliegst. Und kein Animan draufspot und dich angreift. Und dann bekommst du irgendwann... Das Ding, was du suchst. So, Leute, ich bau mich jetzt dorthin. Interessant. Erzähl mehr. Wenn mich irgendwer jetzt tötet, ist das ein Hurenzong. Kannst du mir bitte deine Besserung besser geben? Rax, Aderman, bitte keine Beleidigung. Wenn du so baust, schneller Blöcke abbauen kannst. Fsk 18. Da kann ich wenigstens ein paar Blöcke farmen. Fsk 18 ist generell. Aber stell dir noch vor, einfach Minecraft-Viduum und Fsk 18, Alter. Holy shit, man. Wenn du eh dich brauchst, dann baue ich jetzt schneller damit ab. Hat eine Essen für mich noch? Ich hab nur ein Brot. Ich hatte 50 Millionen, ne? Aber wenn ich da bin, hab ich alle verbraucht. Weil die einfach nix bringen, die Dinge. Hat der jetzt das Ender-Dingswurmst das Ender abgebaut? Hä? Da geht's gar nicht weiter, hä? Ich kann da nicht weiter, da ist das Weltende irgendwie. Ja, sag ich ja. Ja. Hier müsste eine Stadt sein, hier ist aber keine Stadt. Nee, 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 vielleicht in die andere Richtung. Doch, hier müsste eine Stadt sein. Ja, wir haben, wir haben, Alter, das Spiel ist so ekelhaft verpackt. Wir haben keine Stadt mehr. Oh nein. Echt nicht? Das heißt, wir können keine Elitras bekommen. Ach, großes Kino. Oh, ein Ender-Minecraft. Greift mich an, Leute. Hilft sie mir, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bei mir, bei mir, bei mir. Unter mir. Greift sie in den Arm, bitte. Ja, warte, warte, warte. Warte, warte, bin ich hier, Alter. Und wo ist dieses scheiß Endportal, Alter? War das hier nicht irgendwo in der Nähe? Ist da am Rand? Ach, da hinten. Nice. Da ist da, Tür. Hast du eine Karte? Ja, ich bin auf dem Weg, ich habe sie gefunden. Ich habe sie das Portal gefunden, ich muss mich da jetzt noch irgendwie hinbegeben. Warte, nee, ich bin gleich auf dem Ort. Ich kann sie nur noch um Stunden handeln, bis ich wieder im End bin. Also, seid gewarnt. Ich bin gleich wieder da. Stunmp, soll ich dir helfen? Nein, nein. Mö, mö. Ho, ho. Oh Mann, Alter, ich bleibe überall hängen. Schau mal kurz zu der andere. Oh, und das Spiel verlassen, bei mir schon getreten. Hä? Das kann aber nicht das Weltende sein. Sonst ist das komplett verbuggt, Digga. Ja, das ist alles. Ich komme mal zu euch hin. Ich komme mal zu euch hin. Ich komme mal zu euch hin. Genau hier müsste eine Stadt sein. Hier ist aber keine Stadt. Boys, 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 ich bin gleich da. Hast du noch was zu essen? Hast du noch was zu essen? Oh. Äh, Luckman, hast du noch eine Enderperle? Ja, habe ich. Habe eine. Komma, Manga. Hui. Ja. Wir können hier nicht so viel... Luckman, du hast noch meine Sachen. Äh, Stampi, du hast noch meine Sachen, oder nicht? So, ich brauche es mal wieder full life, Alter. Nicht, dass du gleich in so ein Enderman denkst, der kann mich abfucken, oder so, ne? Weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, okay. Satyr, hast du das Ende neu generiert? Das Ende hatten wir neu generiert gehabt, ja? Doch, einmal habe ich das gemacht, gerade als wir es gestartet haben. Da habe ich das Ende gleich generell nochmal neu regeneriert. Oh, Satyr, ich glaube, du musst. Satyr, hast du eine Enderperle? Hast du eine Enderperle? Eine habe ich, glaube ich, ne? Ja, ja, eine habe ich. Ich habe eine. Satyr, wir endet das Spiel einmal und du nochmal das Ende neu generieren. Ja, aber dann ist der Ender-Drag wieder am Leben. Mach ich zunächst ein Aufnahmen zum Thema. Nachher haben wir nächste Aufnahme, ist diese Ok? Okay, Anne-Man, nächste Aufnahme, ok? Wartell, ganz kurz mal, Leute, ich komme hier wieder raus. Trink dich. Ich stebe, 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 stebe! Wie war ihr einfach reinkommen? Anni, Anni, Anni! Anni jetzt, Mann! und nicht runterkommen. Ich sterbe, 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 sterbe. Kann das sein, dass das Ende hier ein bisschen verpackt ist? Ich bin hinter dir, warte. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, denke ich auch. Na, guck mal, hier unten können wir uns jetzt verstecken. Dabei können die Endermänner uns nicht angreifen, weil die nicht runterkommen. Aber da können wir uns... Aber wer hat das... Kann man sich easy verstecken? Ja, wer hat das Eier eigentlich eingesammelt? Ja, wer hat das eigentlich? Ich hab's nicht. Luckman, kannst du seine Items einsammeln, bitte? Wer hat denn jetzt das Ei? Niemand hat das Ei, irgendwie. Hä? Doch, eben Luckman ist ja... Ich hab ein bisschen Ender-Shift gemacht. Achso, okay, gut. Dann ist gesaved. Warum ist das Portal da oben, Alter? Kann mir... Kann einer meine Sachen aufheben? Ja, ich hätt' gerade aus. Ne, aber jetzt im Ernst, wie kommt man da raus? Boah, ist das richtig kacke, ne? Warte mal, guck mal. Wenn man da reinkommt. Ach ja, man muss durch das Portal wieder zurück, ne? Geh mal durch und guck mal, ob das Portal noch da ist. Man muss natürlich dieses Portal auch wieder zurückkommen. Ja, kann man. Ich glaub schon. Dann müsst ihr einfach nur wieder da zurückkommen, wo ihr wart. Wow, das dauert ewig, bis man hier oben ist. Wie sollen wir jetzt hier reinkommen? Warte nicht, das Portal. Ja, hier ist... Ich nehm wenigstens ein bisschen von der neuen Frucht mit, dann können wir da ein bisschen was anpflanzen. Das tut da irgendwie im Auge weh. Das tut irgendwie im Auge weh. Ich hab auch zwei Choresblüten, da hab ich mit, Leute. Die kommt man da rein. Ich hab über eins der Choresbrucht mit und nimm hier noch ein paar Choresblüten mit. Ach, Enderperle musst du da reinwerfen. Achso, ja, hab ich ja keine. Ja, aber genau in die Mitte da rein. Ja, du musst nur einen Enderman töten oder so. Ja, ich bin dann wieder auf dem Weg. Wie kommen wir da raus, oder? Ja, dann musst du einfach nur wieder zurück durchs Portal. Reaxis kann ich wieder an meiner Spielzeug haben. Ja, warte, ich bin hier oben gerade. Ich geb's dir gleich. Hat einer meine Sachen aufgerufen? Ja, ich. Ich hab alles Richtiges. Was denn? Ich hab die runtergeworfen, ne? Das ist doch kompletterisch drin. Zwei Bögen hab ich und meine Schwerden und ich bezocke. Wie sieht's aus mit Choresfrüchten? Haben wir genug? Wir haben richtig viele Choresfrüchte. Ich hab zehn Choresfrüchte und über ein Stack... Ne, zehn Choresbrüten und über ein Stack Blüte, äh, Früchte. Und sie haben jedenfalls sehr viel zum Anpflanzen. Ah ja, meine Pelle bekommen. Na, ich mach doch mal das bringt. Alter, hör auf! Warst du das? Oder war ich das? Ich glaub, ich war das selber. Was hast du denn gemacht? Hast du dich selbst geschlagen, oder was? Nein, ich hab aus Versehen einen Block abgebaut, den ich abbaufe. Und deshalb ist der ganze Baum weggegangen. Na, Gott, ich hab geschafft. Komm her, komm her! Was klatschen oder was? Scheiß Enderman hier, Alter. Ich hab ne Falle gebaut, Alter. Kommst du nicht weg? Reaxis? Wenn du irgendein Enderman verfolgen... Ich hab hier ne Falle gebaut, da kannst du die wegklatschen, ohne dass sie dich angreifen können. Die haben null Chancen gegen dich. Ja, aber das geht jetzt nicht. Ich schaff's auch so. Das heißt, auf der Xbox gibt es nur so ein kleines Gebiet. Nein, normalerweise müsste genau hier so ein End-City sein, aber hier ist es keins. Aber habt ihr euch auch zwei Enderman mitgenommen, damit ihr auch wieder rauskommt? Ich hab drei. Aber wir brauchen auch deine. Ich werde immer wieder hier töten. Ich brauch noch eine.